Ja, das Spiel war eigentlich schlecht und die Hinten drinnen, die Auswechslungen waren auch verkehrt. Der Diaz hat draußen gehört, meine Meinung. Naja, der Kicker fällt auch einfach ein wenig in die Aggressivität mittlerweile. Ich fühl einfach, haben wir ja gesehen, Dresden, die vielen, ja, kann man nicht den Ball gehabt haben. Dresden waren zwei, drei Dresden gleich dran. Der Diaz ist versucht, allein zu den drei Mann nötigen. Das fehlt auch, wie Selbstvertrauen. Also, ja, brauche ich noch einmal wieder Erfolgserlebnis, dann wird er wieder besser. Zu wenig Chancen, außer Standardaktionen nichts gemacht oder zu wenig. Also das Winter war sehr schön, das Publikum auch gut, das Spiel war leider gar nichts. Gerade Zugriff hat er da gefehlt, die Zweikämpfe verloren. Keine Ideen da vorne, er hat nicht gepasst. Kann man nur hoffen, dass es besser wird.